Hallihallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Hexed, immer noch mit uns, Fian. Genau. Glu, Gitarre und Dracalaran. Hallo. Hallo. Okay. Wie geht es eigentlich deinem Chocobo? Ach stimmt, ich sollte es wieder ernten. Du solltest den Chocobo ernten? Ja, er verliert immer wieder Federn. Und mit den Federn kannst du halt... Bestimmte Sachen. Muss ich gucken, muss ich gucken. Ich mach mir mal eine Feldhake. Ich hab schon eine Feldhake. Ach so. Wie kann man halt keine Feldhake? Was braucht man dafür? Einfach ein Chocobo. Du musst es zufällig finden und das ist meins. Ne, ne, ich mein, ähm... Ähm, ähm, ähm... Ernten hast du ja irgendwas gemeint. Ja, ab und zu verliert es immer wieder mal Haare. Wie so eine Katze. Ach so. Bäh. Ist so niedlich. Daran lieblich. Der hat irgendwie jetzt seine Bierflasche aufgemacht. Ne, ne, ne. War eine Fritz-Cola. Ach so, okay. Jetzt macht er auch noch Schleichwerbung. Was? Das ist die Cola von Fritz, das ist keine Schleichwerbung und das ist Diebstahl. Genau, die hab ich. Die hab ich dem Fritz geklaut, die Cola. Verdammt, ich brauch noch Samen. Kann mir einer von euch Samen geben? Nein. Warte, nein, 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 nein. Tut mir leid, das tut mir gerade nicht. Sorry. Nicht während der Aufnahme mit dir. Danke, ich nachher noch mal. Also wirklich ein bisschen respektiert. Wir hatten noch einen Teil in der Truhe. Das nennt man Vorarbeit. Jetzt hab ich die da hingeschmissen. Oh, sorry. Ich hab grad, die muss ich holen. Oh, danke. Einfach auf den Boden schmeißen, hallo. So, reparieren wir hier mal gerade ein bisschen was kaputt ist. Ja, wäre sehr nett. Wegen dem netten Herr Kofamily. Ich wollte gerade sagen, ich geh hier noch ein paar Samen besorgen, aber das klingt irgendwie auch falsch. Heute denken wir alle nur zweideutig. Oh ja. Manchmal sogar dreideutig. Oh, jetzt wird's schön. Das ist ein Pelikan. Ich sag ein Penis, ist klar. Hallo, das muss ich jetzt rauspiepen wegen euch, Pieper. Wegen ein Pieper. Immer diese Pieps, ne? Oh, jetzt ist mein Haus ein bisschen grot. Wunderschön. 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 Also ich packe mal die Samen noch in die Truhe. Okay. So, jetzt kann ich endlich mal die ganzen Müll aus meinem Inventar. Was liegt denn noch? Was ist denn diesen, äh, diesen Diamanten-Gleiwe? Was ist das? Hab ich keine Ahnung, wie viele. Oh, ich hab sogar ein Baumannschwert. Ich hab sogar eins verschenkt. Oh. Oh. So großzügig sind. Ja. Richte mal. Ich fiel mir hier mal eine Höhle an. Emerald Shard, was machst du denn damit? Sag mich mal's gar nicht, was das ist. Electric Essence. Äh, sag mal, Draak. Kommst du mal ganz kurz raus und zeigst mir, ob dein Name richtig geschrieben ist. Äh, Moment. Ja, ich komme. So, das hier ist die Müll-Truhe. Wo denn? Hier draußen. Am Eingang. Oh, ich muss Holz fällen gehen. Ja, äh, soll ich... Ich muss hier meine Kisten. Heute wird das bei mir eine langweilige Folge, weil ich noch Kisten probieren muss. Ja, ja, ist richtig. Okay. Ich glaube, ich fange, wenn ich mein Haus einigermaßen fertig habe, hier an, eine Holzfarm zu bauen. Was ist das hier eigentlich für eine Hausruine hier drüben? Hab den Timer wieder gestellt? Ja, der läuft. Gut. Also ich habe jetzt sieben verschiedene Essenz. Ich habe auch alle, glaube ich. Auch ziemlich viel davon. Die Piraten haben ganz schön was hergegeben, ne? Ja. Also... Kann man sich nicht beschweren. Wo bist du denn? Ich glaube, zwei Sterne. Ich? Ja? Ich bin hier gerade mit so einer Höhle unterwegs, die ich beim Dorf gefunden habe. Achso. Da kann man sich nicht hier die Dings machen. Oh, Jolt gibt es hier auch. Habt ihr gewusst, wenn ihr euch... ...und einen Baum, äh... ...und einen Baum abschlägt, dann geht nur einen Block weg. Hä? Ey, Misha, ich habe eine Idee. Wobei, jetzt kommt es. Guck mal, da hinten ist ja das Piratenschiff, ne? Ja. Das besteht aus normalem Holz. Oh, yeah. Können wir nachher mal abbauen, ne? Soll ich es mal probieren? Ja, geh nicht alleine hin, wach doch kurz. Eigentlich schade, weil diese Schiffe sind ja schon cool irgendwie. Ja, aber im Endeffekt... Brauchen wir die. Ja, ich bin hier schon die ganze Zeit am sortieren, ein bisschen. Weil das ist katastrophal hier. Seltsamerweise ist ja irgendwie Eisen das, was wir am seltensten finden. Ja, ne? Wir haben mehr Diamanten als Eisen. Oh, ich glaube, das leckt dann ein bisschen. Okay, nein, geht nicht. Außer, ich muss ganz unten das machen. Oh, schon wieder Diamanten. Ja, ich glaube, Diamanten hat hier keinen Wert. Oh, Crytekno ist oben. Wer denn? Crytekno oder so, der ist oben. In Eingangshalle. Wer ist das denn? Wie, Crytek Evo? Ja, Julian. Und weg ist er. Tja. Crytekno. Oh. Ich glaube, meine Steph tue ich auch hier mit ein. Äh, wo bist du ganz genau? Äh, komm ich zu dir, ich hab Essen dabei. Ich hab versehentlich, glaube ich, ne Höhle entdeckt, die schon jemand kannte. Das war aus Versehen? Böse Menschen, böse Menschen, böse Menschen, böse Menschen. Naja, ich bin da von unten in die Höhle reingegangen und die führt zum Haus auf dem Berg. Äh, ich brauch eigentlich nur ein Starr. Also ich kann das eigentlich für selber. Welches Haus auf dem Berg? Electric Steph. Hm? Das da, ähm, hier auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, von wem das ist. Das große Ding. Magic Essence. Hier drüben halt. Hat jemand Magic Essence? Nö, nö. Ja, das hab ich auf ihn gefragt. Das Haus hier, genau. Okay, wollen wir auf Wanderschaft gehen? Ja, gerne. Hier da hinten. Ja, hab ich grad nachgeguckt. Ja, du brauchst alle Essenzen einmal. Ja, warte, die haben wir. Ich hab auch noch ziemlich viele. Aber am besten, wir sparen die erstmal. Kannst du dir die, ja, ich wollte eigentlich... Oder was willst du machen? Wobei, die sind Live Essence könnten... Das sieht ja auch irgendwie episch aus hier. Kommst du? Wollte ich auch grad sagen, das sieht irgendwie krass aus hier. Wer ich? Ja. Ich bin grad unterwegs im Schiff. Nix interessantes. Gerade einen Moment. Das war mein Vater, alles mal Kilo rund hier. Komme in mein super Bonzenhaus, das noch nicht fertig ist. Was bist du denn? Quasi ein Bonsai-Bonze. Äh, ich stehe hier an der Seite. Ja, welcher Seite? Wollte ich grad sagen, ist eine gute Angabe, ne? Ich stehe jetzt... Ja, da sehe ich dich. Ja, du hübsst, glaube ich, in meine Richtung. Äh? Also ich sehe dich da hinten irgendwo am Berg. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein. Es ist keine Musik, das Telefon, gamergeschützte Musik im Hintergrund. Das ist eine völlige Täuschung. Nein, nein, danke. Also, wir haben sowieso nichts gehört von daher. Ja, ich glaub, das hat dein Mikro gar nicht. Äh, doch. Nein, Michael, das geht nicht. Ich hab's schon probiert. Komm zurück. Hin. Warum? Willst du jetzt alleine da rein, oder was? Ja, was denkst du denn? Hab's schon immer auch jemanden. Du fühltest mich krass aus da hinten. Hm, was ist denn das? Was ist das denn? Komm, hör auf, das schaffst du nicht. Ach, das ist eine alte Ruine. Ich schaff das schon. Gucken wir uns die doch mal an, vielleicht gibt's da ja was. Gibt's da ja was. Ja, warte, dann helf ich dir aber. Das sind Spawner. Ja, das ist klar. Ja. Hast du was zum Stacken? Ah, mir ist es egal. Bisschen Dreck. Wäre ja in deinem Vorteil. Also, ich hab von jeder Essenz mindestens zwei. Komm schon. Da. Kann man die Spawner eigentlich abbauen? Ja. Jep. Mit einer normalen Spitzhacke. Ja, Leute, ne? Da sitzt sie drinnen. Hm. Aber mitnehmen leider nicht, ne? Richtig. Ah, verdammt. Skelett da oben. Äh, auf jeden Fall, Matze, haben die auch diese Zauberstelle, wie du hast, mit so einem Herzen. Wo denn? Ich seh' nicht. Äh, ich hab's grad erledigt, aber eins. Wo bist du denn? Sieh' noch in der Ruine. Ich auch, aber wo? Hast du ne Darkness Essence? Ach, da unten. Ja, ja, das Gelächter hat mich grad runtergekriegt. Ich hab acht verschiedene, hab ich gesehen. Aber hier ist nix mehr. Nein, Darkness Essence. Ne. Da waren nur so drei Spawner. Und jetzt am besten auf den Bäumen bleiben oder so. Ich hab nur so'n Bogen zum Glück. Okay. Ey, mir fehlt eine Sternschnuppe. Oh, verdammt. Da ist keine Pfeile mehr. Oh, hier ist sie ja. Also ich hab drei Sternschnuppen. Was kann man auf den nochmal machen? Äh, wo bist du? Äh, hier oben auf dem Baum. Achso, mich jetzt runtergekrieg und dich nicht. Soll ich mal runterkommen? Wenn du mich findest? Ui, ich sollte ein paar Fackeln hier hersetzen. Solltest du. Du hast aber nicht. Dunkel, dunkel, dunkel. Ah, da drüben. Mhm. Hiiii. Da ist schon ein kleiner Cheater hier. Wieso? Ich hab auch einen Electric Step. Ah, meinst du, ich geh jetzt ins Schiff da rein? Wie viel hast denn du jetzt? Du musst doch mehrere haben, oder? Ich hab so viele Sachen, das glaubst du gar nicht. Ja, ich mein jetzt nur die Electric Step. Aua. Äh, von Electric Step hab ich jetzt drei. Drei Electric Steps? Ja. Hast du alle keine Worte? Ihr zwei immer mit eurer Hightech-Ausrüstung ist ja unglaublich. Oh, shit. Nein! Ah, scheiß Creeper. Ach nee. Das ist die Falle. Wetten? Oh, fuck. Soll ich mal was sagen? Damit zu fliegen, mit so einem Electric Step? Oh, jetzt ist ja alles auf. Was ist los? Nein! Oh. Hm, hier gibt's ja gar nichts. Ups, ich hab das Licht ausgemacht. Komm, lieber dahin, wo ich bin. Oh mein Gott. Gibt's wirklich nichts? Ist so langweilig. Komm, Gamer. Ja. Ich glaub, das Schaf hat uns beobachtet. Oh nein. Nein. Er hat alle sterben. Wo kommt der denn jetzt hier, Alter? Da ist noch irgendwas. Siehst du das? Hm? Das da hier. Ja, stimmt. Noch eine Ruine. Aber auch wieder nichts. Okay. Okay. Können wir nicht mal eine gescheite Ruine finden? Vielleicht die da drüben. Das ist auch eine Ruine. Ja, da hier ist auch nichts. Das ist ganz schön ruhig, die Listenpländer. Mann, hab ich schon Glück gehabt, gerade. Da drüben ist aber eine größere und da unten ist ein Enderman. Äh, komm mal mit. Wie geht's da lang? Okay. Ich wollte mich jetzt eigentlich mit dem anlegen, aber... Ja, ich hab mein Crystal verloren. Was habt ihr immer mit dem Crystal? Nimmt der alle Drogen, oder was? Yes. Also das Schiff, was hier eigentlich dreckt vor unserem Dorf ist, ist schon geplündert. Not nur zur Information. Das haben wir zusammen geplündert, du. Nein. Schnellchen. Nicht das, sondern das andere. Da war doch gerade eine Spinne. Wo ist denn die jetzt denn? Ich hab auch eine gehört. Uah! Erschreck mich doch nicht. Oh, mir fällt gerade ein, ich hab hier ein wunderschönes Haus gebaut, aber ich hab gar keinen Eingang. Das ist ein Spawner, deswegen hören wir es wahrscheinlich. Ah, okay. Boah, ich komm mit in mein Haus rein. Ich hab diese blöden Schuhe da. Äh, was hattest du vor? Ich? Oh, ich hab's geschafft. Ich wollte hier uns ein bisschen aufräumen. Aua, was schlägt mich? Die Spinne. So, ich hab hier ein Spawner verstört. Und ich hab vor mir noch zwei. Hörst du bitte auf. Boah, der hat Diamant fallen lassen. Hier ist eine Truhe. Äh, ist nicht so viel drin. Oh, ist klar. Hier ist gar nichts drin in der Truhe, hier. Wo bist du? Unten. Stirbst du da unten? Äh, nö, nö, ich hab das so ein Zombie angegriffen. Aua. Oh, Entschuldigung. Warte, hast du was zu essen oder brauchst du was? Hier. Äh, ich hab was. Es war was in der Truhe. Nein. Weg von mir. Wo war das? Hier ganz in der Nähe, glaube ich. Geh es nicht. Ich weiß ich schon. Hörst du später hochgeguckt, Mist. Äh, ja, der ist hier bei mir in der Nähe. Aber ich hab grad keine Lust dahin zu fliegen, weil ich hier mitten... Ja, wo genau? Auf dem Land oder im Wasser? Oh, fuck. Äh, Wasser ist der. Nö. Doch, hier unten. Ich hab sie. Zumal ist das der Reste. Ich bin ein Fissen. Schnell geflogen, scheinbar. Ja, dann bist du von sauber gekickt. Flying is not a naval on the server. Ja. Wieso eigentlich fliegen? Ich hab Sternenstaub. Ja, das, äh, mit diesem Stab kannst du ja fliegen. Und der fliegt mit dem da gerade rum. Und da wurde er netterweise von sauber gekickt. Aber nur netterweise. Ja. Ja. Aber jetzt so viel... Wo bist du? Elektrik... Hier unten. ...einen blöden Ding da rum zu fliegen, hört sich an wie so'n Feuerwerk. Fiuu. Wo ist hier unten? Äh. Wo bist du denn hingegangen? Jetzt haben wir mal ne richtig große Ausbeute gemacht hier. Ich lauf mal gerade aus, dann sag ich dir meine Koordinaten nach. Ach ja, da behalte alles für sich. Oh, ich kreu... Hilfe! So läuft es ja also. Ich glaub... Oh, da ist ein Skelett. Es sind gleich drei, die sich gegenseitig abschießen. Komm, soll ich hier was schenken? Ja, ja, bitte, 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 bitte. Oh, dann sind wir weg hier. Kannst du mal da hinkommen? Elektrik-Staff geben. Wo denn? Ich glaube jetzt schon mal... Ich bin bei minus 6.677. Ach stimmt. Ja, dann kannst du mir ja nach 7 wachsen. Diese Kiste... ...hab ich schon mal elektrik-Staff drin. Und 1.240. Äh... Nein, nicht Elektrik-Essenz, ich mein Elektrik-Staff. Also die sind Staff, den du hast. 1.200... Ach so, den Stab... 6.680... ...70... ...und 1.246. Äh... Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Hast du hier so Fackeln hinterlassen? Ja. Da bist du, ich höre dich. Hallo. Hier. Moment, ich hab hier grad einen Schleim. Neben dir. Ähm... Ja, ich hab dich gesehen. Hallo. Oha. 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 Sorry, das war ich. Was warst du jetzt? Ja, ja. Hab aber nur mit nem Stein zugehauen. Macht nix. Ich seh nur ein Stein. Äh, das geht nicht rein. Stein haben auch Rechte. Ja, aber der tut nicht so weh, wenn man damit haut. Stimmt. Also, wer jemand nen Helm braucht, ne? Ich hab on must verzauberte Sachen. Die ich hier irgendwie... ...vergabe. Ja, weil du immer Piraten überfällst. Macht ja nix. Ich geh langsamer, damit wir uns ja nicht verlieren. Wo bist denn du jetzt? Ach, du bringst jemanden an. Ich hab nötiger. Ich hab nötiger zu uns gelettet. Oha. Schon wieder ein Schleim. Boah, schau dir das mal an, das sieht zu episch aus. Hm, was denn, was denn? Ja, da wo ich bin. Hier, neben dir. Rechts, rechts, rechts. Andere Richtung. Achtung. Andere rechts. Das andere rechts. Da wo der Daumen links ist. Schau mal da hinten, den Berg. Schau mal den Berg da oben an. Wow, das sieht echt cool aus. Wie viele Minuten? Wir sind bei 15 Minuten und 30. Das heißt, wir sind bei... Wir haben noch Zeit. Genau. Noch ein Chocobo. Yeah, ich hab alle... Ich hab Materialien dabei. Bin Chocobo. Äh... Das hier und... Der Sattel. Gucken wir mal jetzt kurz in meine Garte. Dann kannst du ja die... Hier, 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 hinter dir ist noch einer. Ich schmeiß ein paar hin. Hinter dir ist einer. Nimm du ihn. Für dich. Hinter dir. Warte, du hast den hässlichen Eingang. Nur zur Info. Ja, ich bin auch noch zu wegschwertig. Kommst du mit? Hast du's? Ja. Ja, hier hast du einen Sattel. Wohin willst du kommen? Hier, ein Sattel für dich. Keine Ahnung. Überall. Danke. Bitte. Und nirgendwo, ne? Hast du es? Moment, ich mach erstmal. Ja, ich hab ein Schokobo. Komm mit, jetzt laufen wir nach Hause, ok? Ja. Oh, ich lege. Ich auch. Aber für Schokobo. Fürs Schokobärchen. Ja, das ist es wert. Ganz ehrlich, das ist mir egal, aber trotzdem. Äh, da müsste ich hängen bauen. Wollte ich auch gerade sagen. Aber da oben ist ein Gebäude. Gehört das uns? Nein, hier ist ein Dorf. Echt? Echt denn, du? Hier. Ja, da hinten ist noch irgendwo ein Dorf. Wo wir zum Piratenschiff gegangen sind, da war auch irgendwo noch ein Dorf. Also, sind Eisbären gefährlich? Nein. Ich hab Angst. Ich hoffe, das ist nicht das Dorf von Team Rot. Nein, ist es nicht. Dazu ist es viel zu nah. Seid ihr so, ich sag jetzt mal, unten rechts von unserem Dorf? Nein, nein, hinter unserem Dorf. Nein, hinter unserem Dorf. So unter dem Schneegebiet. Aber Krokodile sind böse. Hier sind ja überall Schokobobos. Echt? Mhm. Das ist echt neues. Weißt du, wo es nach Hause geht? Äh, ja, ich hab grad auf die... Damit du dir die Glas machen kannst. Wollte ich aber gar nicht mal Dörf sammeln. Nur Dreck. Oh, das ist ja verdammt weit gerade. Brauche nur Dreck. Ich brauche nur Dreck. Da hinten ist ein kleines Schöhe. Ich gehe heute nur auf Piratenjagd. Die letzten... ...wei Minütchen. Komm, das schaffen wir noch. Die Frage ist ja, wer sind denn da eigentlich die wahren Piraten? Ihr oder die Piraten? Ja, ich? Der Oberpirat. Der König der Könige von den Piraten. Captain Sparrow. Noch schlimmer. Boah, du bist krass, ey. Richtig krass. So. Da machen wir mal ein bisschen Dreck. Komm ja gar nicht durch, wegen den ganzen Blättern. Wie, die haben keine Kisten. Doch. Die sind unterjährig immer. Endlich. Oh, ganz viel Eisen. Oh, ich habe ganz viel Eisen gefunden. So. Ach komm. YOLO. Oh, doch nicht. Ich komme hier nicht weiter mit meinem Schokobo. Genau, nimm dir das Bötchen. Ich komme auch nicht so gut voran. Ich metze mich gerade mit der Heckenschere durch einen Baum. Der hat mich vergiftet. Hier stehen viel zu viele Bäume. Wir sollten mal Brandrodung betreiben. Keine Kisten mehr. Eine Kisten nur. Mann, seid ihr langweilig hier. Ach Mist. Da habt ihr noch was hier unterirdisch. Und hier sind einfach viel zu viele Berge. Ne, die haben nix unterirdisch. Ach, die Karte. Nicht mehr weit. So. Liebe Leute. Die magische 25 ist wieder erreicht. Damit müssen wir uns wieder verabschieden. Abonniert euch. Abonniert uns. Kommentiert euch. Kommentiert uns. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Besorgt ein Psychiater für uns. Und das auch. Ja. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns bei dem nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.